Wir sind heute hier, um einfach mal das Format ENERGATE Forum kennenzulernen. Extrem spannend und umso mehr freuen wir uns auch auf den Nachmittag. Wir haben zwei große Kernthemen heute in der Veranstaltung gehabt. Einmal, wie werden die Unternehmen klimaneutral? Das zweite große Thema ist natürlich das Preisthema, die Beschaffung, wie teuer wird es? Für unsere Arbeit ist es extrem wertvoll, dann einfach sich auch zu vernetzen, nicht nur mit anderen Industrieunternehmen, sondern auch mit Verbänden, mit Versorgern. Es ist für mich heute was ganz Besonderes, mal im direkten Austausch zu sein mit unseren Kunden, mit unseren Lesern. Ich denke, wer in der Energiewelt sich interessiert, was gerade Stand ist, der ist hier gut aufgehoben. Es macht uns einzigartig, dass wir als Medienhaus genau nur das eine Thema haben, was uns alle interessiert und wofür wir alle gerne jeden Tag arbeiten.